Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid, vielen Dank fürs Einschalten, die Free Agency steht vor der Tür, die letzte Saison ist vorbei, wir haben noch ein bisschen bis zum Draft, bald gibt es natürlich auch noch den Combine, wo die ganzen Top-Draft-Prospekte ihre, äh, ein bisschen Olympiade durchführen können, einmal 40 Yards sprinten bitte und hochspringen und weitspringen und so, für viele Leute relevant, für mich nicht besonders, wir werden natürlich trotzdem Videos drüber machen, das alles analysieren, was das für Auswirkungen haben könnte, aber die erste wichtige Phase oder die nächste wichtige Phase vor dem Draft ist natürlich die Free Agency, Spieler, deren Verträge auslaufen, sind dann da in der Free Agency quasi vertragslos und können mit irgendeinem beliebigen Team unterschreiben, können quasi das Team einfach so wechseln und einen neuen Vertrag, wie gesagt, unterschreiben und dann gibt es allerdings noch ein paar Spieler, die theoretisch noch einen Vertrag haben bei ihrem vorherigen Team, aber wo sich das Team jetzt denken könnte, äh, vielleicht verdient er tatsächlich ein bisschen zu viel ähm, und ihr wisst, NFL-Verträge sind immer komisch strukturiert mit Sachen, die als Gehalt zählen, was du quasi mehr oder weniger monatlich kriegst, ähm, und dann Sachen, die als Boni zählen, als Signing-Bonus zum Beispiel und das wird alles ganz komisch gerechnet und teilweise ergeben sich da Sachen, dass man sagt, hm, wenn wir den jetzt quasi cutten, wenn wir den feuern mehr oder weniger und den Vertrag auflösen, dann müssen wir dem kein Geld mehr bezahlen und wir sparen uns quasi x Millionen, äh, Dollar. So, und da ist dann die Überlegung immer wert, brauchen wir Geld? Wenn ja, wie viel? Wie wichtig ist uns der Spieler überhaupt? Könnten wir den eventuell noch traden? Wie viel Geld kriegen wir dann? Und so weiter und so fort. Ganz komplizierte Sachen. Ich habe heute versucht, das so einfach wie möglich darzustellen und euch, äh, zehn Spieler rausgesucht, die meiner Meinung nach sogenannte Cap Casualties werden könnten, also Spieler, die von ihrem Team gecuttet werden, um quasi Geld zu sparen. Abonniert, wenn ihr neu seid, ich gebe eine Abo-Challenge. Wer in fünf Sekunden schafft, zu abonnieren, ist cool. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Das waren keine Sekunden und, ja, ihr seid sowieso alle cool. Alright, wir fangen an mit den Titans. Alle Zahlen, die ich heute benutze, sind übrigens von Spotrack. Das heißt, wenn ihr ein Problem mit den Zahlen habt, dann beschwert euch bei Spotrack. Die Titans sind momentan prognostiziert natürlich für nächste Saison, das heißt noch nicht jetzt, dann durften sie nicht. Prognostiziert für nächste Saison ungefähr 24 Millionen über dem Cap, ähm, Limit quasi. Es klingt erstmal relativ viel, ähm, wir werden noch zu anderen Teams kommen, die mehr drüber sind, aber macht euch erstmal nicht so einen Kopf. Ähm, in der Regel sind sehr, sehr viele Teams jetzt drüber. Und man findet dann eigentlich immer Wege. Was es auch noch gibt, sind sogenannte Restrukturierungen, wo du quasi Geld nach hinten schiebst bei Verträgen, ähm, nur um das Ganze einfach ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen. So, wenn jetzt jemand zum Beispiel 10 Millionen dieses Jahr verdient, kannst du ihm theoretisch noch drei zusätzliche Jahre geben für jeweils 2,5 Millionen. Das wäre dann eine Restrukturierung vom Vertrag. Du kannst Gehalt in Signing Boni umswitchen und andersrum, ähm, deswegen, wir reden wie gesagt nur über ganz einfaches Cutten. Wie könnten die Titans jetzt Geld sparen? Ganz einfach, indem sie Butter Pre entlassen zum Beispiel. Einer der besseren Passrusher auf jeden Fall. Aber wenn sie ihn entlassen, könnten sie 10 Millionen sparen, beziehungsweise mit einer Post-June-One-Designation, komme ich gleich noch drauf, 15 Millionen. So, das gleiche gilt für Ryan Tannehill, auch noch bei den Titans. Mit dem könnten sie sogar Post-June-One 27 Millionen sparen. Also quasi nur Ryan Tannehill und zack, wären sie wieder über dem Cap. Allerdings ist da natürlich die Frage, wer spielt da einen Quarterback? Denn dass Vrabel jetzt nicht so heiß auf meine Ligue 1 zu sein scheint, haben wir inzwischen schon mitgekriegt. Deswegen bräuchte man da überhaupt erstmal eine bessere Option. Da könnte man dann halt gucken, sich nach einem Quarterback, oder man könnte versuchen, sich nach einem Quarterback umzusehen, der vielleicht sogar ziemlich günstig ist, der Rick Carr. Aber der müsste dann halt auch erstmal da hinkommen wollen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Vrabel Tannehill eigentlich relativ mag, beziehungsweise ihn als Quarterback gut findet. So, was ist diese Post-June-One-Designation? Das ist auch wieder eine komplizierte Sache, die habe ich bestimmt schon ein paar Mal erklärt. Das hat mehr oder weniger nur was damit zu tun, wie viel du an dem Geld, was du sparen würdest, beziehungsweise an dem Geld, was du dann noch bezahlen müsstest, was gegen den Cap gerechnet wird, über zwei Jahre oder über wie viel Zeit du das stretchen kannst. Normalerweise geht es ins nächste Jahr und du kannst es mit so einer gewissen Regelung, wenn du nach einem gewissen Zeitpunkt den Spieler cuttest oder sagst, okay, wir cutten ihn dann, deswegen Designation, kannst du das über mehrere Jahre stretchen. Dann ist uns alles relativ egal. Auf jeden Fall sind das zwei Spieler, wo ich denke, eventuell könnten die Titans drüber nachdenken, die zu cutten. Gibt ein paar realistischere und ein paar unrealistischere auf der Liste heute. Das sind auf jeden Fall zwei von den unrealistischeren. Und denkt dran, ich sage euch auch nicht die zehn realistischsten, sondern einfach irgendwelche zehn. Ansonsten wäre Matt Ryan zum Beispiel auf der Liste. So, die Buccaneers sind knapp 50 Millionen über dem Cap zur Zeit. Die Zahl schwankt irgendwas zwischen den 45ern und ich glaube 53 Millionen irgendwo dazwischen schwankt. Die sind schon relativ große Unterschiede. Aber relativ egal. Auch hier habe ich wieder zwei Spieler rausgesucht. Der erste davon ist Shaq Mason. Bei dem könntest du ungefähr zehn Millionen sparen. Und der nächste ist Leonard von Nett mit einer Post-June-First-Designation. Post-June-First-Designation könntest du da fünf Millionen sparen. Also beide zusammen 15. Klingt wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Kleinfehl macht auch Mist, um hier mal zwei Flosken direkt hintereinander zu ballern. Oder zwei Metaphern. Und die Buccaneers müssen sowieso relativ viel machen. Könnte passieren, dass sie in einen ziemlich, ziemlich, ziemlich harten Rebuild gehen jetzt. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Bin sehr gespannt drauf, wie es da weiterläuft. Jets sind ziemlich genau im Cap. Die sind 2,5 Millionen drüber oder sowas. Also haben da jetzt nicht wirklich den Stress, den ein paar andere Teams auf der Liste definitiv haben. Aber die haben auch ein bisschen ein Luxusproblem, was Receiver angeht. Die haben viele junge, sehr gute Receiver und könnten da zum Beispiel einen Corey Davis cutten für ungefähr 10 Millionen. Ich weiß, das klingt jetzt so, warum solltest du den cutten? Der hat noch einen Jahr Vertrag. Du bist nur 2,5 Millionen drüber. Da kannst du doch mit irgendwelchen Extensions und Restrukturierungen arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob ich einem Receiver 3 mehr oder weniger 10 Millionen bezahlen würde. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der gecuttet wird. Nächstes Team sind die Chargers. Auch die sind über dem Cap. Also haben quasi zu viel Geld prognostiziert, was sie nächstes Jahr ausgeben. Und müssen da definitiv was dran ändern. Die sind knapp 20 Millionen drüber. Und könnten mit einem einzigen Cut, wenn es eine Post-June-1-Designation ist, 23 Millionen ungefähr freimachen. Und das ist Khalil Mack. Der ist nach wie vor ein absolut guter Pass-Rusher. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt irgendwie ein bisschen unter, seit er weg ist von den Raiders oder spätestens seit er weg ist von den Bears, sage ich mal. Aber der ist ein verdammt stabiler Spieler nach wie vor. Und wenn der Free Agent wird, weil er gecuttet werden würde, was auch immer, hätte der auf jeden Fall direkt zweistellige Interessenten. Wie gesagt, 23 Millionen ungefähr könnten damit gespart werden. Nächstes Team. Hier habe ich wieder zwei rausgesucht. Das sind die Vikings. Die sind momentan 21 Millionen over. Also auch schon relativ viel. Auch wenn jetzt nicht unrettbar viel, sage ich mal. Das sind zwei OGs, die gecuttet werden könnten, wo es jetzt wirklich Gefahr läuft, dass es danach aussieht. Der erste, wo ich sagen würde, ist es vielleicht noch ein bisschen unwahrscheinlicher. Gerade weil die auf dem Gebiet nicht den absoluten Luxus haben. Das ist Harrison Smith. Post-June-1, wie gesagt, 15 Millionen. Das ist schon relativ viel. Und deswegen könnte man darüber nachdenken. Der ist auch schon am Karriereabend, sage ich mal. Und der andere Spieler, den man cutten könnte, wo ich es sogar für sehr wahrscheinlich halte, dass er gecuttet wird, es sei denn, er stimmt zu, seinen Vertrag krass zu restrukturieren und quasi nicht mal Geld nach hinten zu verschieben, sondern auf Geld zu verzichten, nur um da bleiben zu können. Das ist Adam Thielen. Da könntest du 13,5 Millionen loswerden mit nur 6,5 Millionen Dead Cap, also was dann quasi trotzdem noch angerechnet wird und so. Also, es ist eigentlich Pflicht, der Move. Jaguars sind 33 Millionen over. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass sie so weit drüber sind, prognostiziert. Die könnten Shaquille Griffin cutten. Post-June-1-Designation 13 Millionen, was man dann schon mal wegnehmen würde. Und dann wäre man nur noch so auf ungefähr 20 drüber. Der hat halt auch leider nicht so gut funktioniert, seit er aus Seattle weg ist. Jetzt letztes Jahr halt auch super viel verletzt gewesen natürlich. Aber selbst in der Zeit, in der er gespielt hat, letztes und vorletztes Jahr oder letzte und vorletzte Saison, nicht besonders gut gewesen. Deswegen auch das ist einer, wo ich beinahe schon von ausgehe. So, beim letzten habe ich mir nochmal den wahrscheinlichsten aufgehoben. Das sind die Giants. Die sind tatsächlich ungefähr 44 Millionen unter dem Cap. Das heißt, die haben super viel Geld zur Verfügung. Das ist jetzt eine Sache, hat glaube ich mehr andere Gründe, als dass es unbedingt geldmäßig ist. Das ist Kenny Galladay. Du hast 8 Millionen Dead Cap, also 8 Millionen musst du quasi mehr oder weniger trotzdem nächstes Jahr aus dem Cap rausrechnen, selbst wenn du ihn cuttest. Aber dafür sparst du dir 13,5 Millionen. Ich habe es euch gesagt, die Giants haben das Cap-mäßig jetzt nicht so unbedingt nötig. Aber ich glaube, bei dem wäre es auch vielleicht einfacher. Kommt ja noch aus dem vorherigen Regime. Also der GM und der Head Coach, die jetzt da sind, haben den sich quasi gar nicht ausgesucht. Hat letztes Jahr fast nicht gespielt. Und dafür auch nur irgendwie Geld auszugeben, ist halt schon ein bisschen schade. Plus du wirst die Storys los. Du wirst die ganzen Memes los. Du wirst es vielleicht auch die negative Stimmung, die er eventuell verbreitet. Das ist nicht so, dass ich da Gerüchte gehört habe oder so. Das ist nur so, das könnte ich mir vorstellen. Wenn ich in seiner Situation wäre, dann wäre ich vermutlich ganz schön schlecht drauf. Kannst du alles loswerden und wie gesagt, dabei noch Geld sparen. Also warum nicht? Alright, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wie vorhin erwähnt. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020